Ich darf mich nicht bewegen und ich habe nur eine Stunde Zeit, um drei verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Und weil ich es nicht innerhalb dieser Zeit schaffe, muss ich einer dieser Bestrafungen machen. Welche Probleme werden uns noch begegnen? Werden wir es in der Zeit schaffen oder wird es ein einziger reinfallen? Die Runde sieht machbar aus. Wir können uns also nur mit uns ein Dynamit fortbewegen. Das wird ja geil. Oh, so weit wollte ich ja nicht gar nicht sprengen. Ach du, Kacke. Ich bin ja, glaube ich, tu it oder so. Der erste Cube in der ganzen Challenge. Hoffentlich auch nicht der letzte. Langsam kommen wir unserem ersten Ziel immer näher. Einen Kill zu erreichen. Oh, ich hoffe, der Edgar kommt nicht in den Busch. Und da kommt der Busch. Nein. Quick. Da kommt noch ein Edgar. Das ist mal geil. Doppel Edgar hier auf mich. Attacke, ab in die Runde. Oh, das war mal clean. Oh. Da habe ich wieder reingekackt. Nein, da kommt Edgar. Oh. Oh. Oh Mann. Also das ist wirklich... Die Edgar sind ladenlos. Oh nein, direkt neben Edgar ist das Kacke. Komm schon, komm schon. Was? Ach du Kacke. Das ist die erste Aufgabe, die ich erfüllt habe. Jetzt müssen wir nur noch zwei machen. Boah, der erste Kill. Geiles Ding. Ich ziehe dich auch noch mit den Tod. Ja. Zwei Kills. Zwei Kills, Leute. Boah, ist das geil. Ich habe wieder Bock. Somit sind wir bei der Hälfte der Zeit angekommen. Und wir haben schon eine von drei Aufgaben erfüllt. Mal gucken, wie es jetzt ausgehen wird. Ich denke mal, langsam habe ich so den Dreh mit deinem Mike raus. Also es läuft hier gerade sehr clean. Da oben kann ich mir vielleicht noch einen Knaps stauben. Ja. Einer gefilmt. Bitte. Ja. Ich habe ihn auch noch mit den Tod gerissen. Aber dann lief es für uns zu gut. Und so mussten sich wieder die ganzen Edgars bei mir rächen. Oh nein. Nicht ein Edgar. Komm schon. Oh Mann. Boah, das ist eine verdammt schlechte Position. Nein, Brock. Bitte nicht. Oh, vier Bra leben noch. Vielleicht kann es der Sieg werden. Oh, nur noch drei. Nein, bitte nicht, Rosa. Oh Mann. Aber es war richtig knapp. Nein, Sandy. Hau ab. Oh nein. Auch ein Daryl. Lass mich in Frieden. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Noch ungefähr 25 Minuten und ich baue noch einen Sieg und ich muss auch einen Freund finden. Ja. Noch einen Kill mitgenommen. Vielleicht auch noch noch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Manu. Wir haben noch sehr oft verloren. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir die Challenge doch nicht. Aber wir geben nicht auf und spielen bis zum Ende. Nächste Runde, nächstes Glück, wie man so schön sagt. Ich glaube, ich hole mir die Kisten an der Seite. Und ich hoffe, der Mord ist kaum nicht vorbei. Oh nein. Stu, lass es bitte. Dann gehen wir, glaube ich, mal außen lang erst mal. Boah, aber die Rotation war clean. Eine super Position haben wir hier. Drei Leute leben noch. Das kann wirklich der Sieg werden. Nein. Komm schon, bitte. Solo. Nein. Och nein. Einen Primo und ein Edgar. Das sind die gefährlichsten Kombos zusammen. Ach du Kacke. Was? Er hat die noch gedotscht? Komm schon. Nein. Ist mal wieder so knapp. Langsam und sicher geht uns die Zeit aus. Wir haben nur eine von drei Aufgaben bisher erfüllt. Wenn wir es nicht in der Zeit schaffen, muss ich eine Bestrafung machen. Vier Leute leben noch. Mal gucken, ob das vielleicht der Sieg wird jetzt hier. Oh. Hä? Ich glaube, ist der... Ich... Ja, der Edgar ist lockt auf K... Oh nein, der Bass. Ich... Ich call's. Nein. Er macht mehr Schade als erwartet. Boah, da sind die wieder leckere Zweikisten. Nein. Du, Klaus, bin hier nicht meine Kisten. Das sind meine Cubes. Du hast auch schon welche. Ja. Sag ich, das sind meine. Oh, Showdown. Vielleicht wird das jetzt hier endlich der Sieg. Den würde ich jetzt so dolle gebrauchen. Och nein, Zehner-Elf, ich hatte nicht mal Zeit zu reagieren. Och Mann. Das ist die letzte Runde, die ich spielen kann. Und ich brauche da drinnen einen Sieg und einen Freund. Sonst ist es vorbei für mich. Nein, Shelly, bitte nicht. Ja. Das ist ein Freund. Somit haben wir wieder eine Sache abgehakt. Somit haben wir... So haben wir wieder eine Sache abgehakt. Jetzt brauche ich nur noch einen Sieg in dieser Runde. Willst du einfach, dass ich mich umbringe? Och nein, Shelly. Nein, Shelly, nicht mich umbringen. Bo? Ich, äh, ich glaube, hier ist ein zweiter Freund aufgetaucht. Der hat nur die Shelly umgebracht, aber mich in Frieden gelassen. Ich muss doch schaffen, in zwei Minuten einen Sieg zu holen. Ich muss in die Mitte. Und das sind Daryl mit neuen Cubes. Komm schon. Ja. Komm schon, bitte. Ja. Wir haben es geschafft. Und wir haben noch eine minutenhafte Uhr. Ich würde mal sagen, das war so ein Video. Ich brauche keine Bestrafung machen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haha.